Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der bei Daylight. Wir spielen tatsächlich noch eine Folge und der Killer ist diesmal der Curry. Hi! Hallo, Curry, sei sanft zu uns. Wir sind noch ganz neu. Ich bin gespannt, wie der Freddy sich spielen lässt. Also der Thor-Mensch und Clown hat der Eric gut gemacht. Boah, das Schwein war so gut. Das Schwein war so geil, wie das so rumgecroucht ist. Mal gucken, ey. Ich weiß wohl irgendwie, dass es eine Traumwelt gibt und nur in dieser Traumwelt existiere ich quasi. Also ihr seht mich so nicht. Hä? Ich existiere nicht, ne. Okay, habe ich jetzt kurz nur drei Personen und einen Traumjunge. Das heißt, wir dürfen einfach nur nicht einschlafen und der Eric und ich und auch bestimmt der Tobi, da sind wir ja Profi drin. Ja, natürlich. Tobi, was ist du gerade? Hm? Was ist du gerade? Der rechte ich einen Chicken Wings von vorhin. Alter, ey, Drecksau. Oh, ich bin übrigens ready, also falls ihr Bock habt. Hauptsache nochmal schön XD reinschreiben. Ich wollte zeigen, dass ich das lustig finde. Ja, das ist schön. Oh, 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 oh. Alles klar, curryt Insta-Kill, curryt Insta-Kill. Nö, habe ich nicht. Das würde ich doch niemals reinnehmen, Leute, also ganz ehrlich. Ganz dreckiger Kleve-Move, Alter, ganz dreckiger Kleve-Move. Habe ich mir nur von dir abgeguckt eigentlich. Achso, na gut, dann passt es ja. Ja, dann ist das gut. Der Erik hat aber in der letzten Folge, hat aber zwei Insta-Kills gehabt, ne? Oder ist das normal? Ja, eben, das ist ja krass. Nee, wenn du jemanden an den Haken hängst, also jemand hing schon am Haken und erwischt den nochmal, dann kannst du den Insta-Killen. Ja, ja. Aber er kennt sich ja mit den Killern nicht aus. Hä, ich habe das gerade gespielt jetzt zur Folge, das habe ich doch wieder gelernt, Mann. Ja, klar, das habe ich mal jedes Mal. Ich bin doch nicht so wie Tobi, dass ich da sitze, ich verstehe das Spielprinzip nicht. Doch, ich bin genauso. Das interessiert keinen. Eben. Oh, achso, ich spiele uns den neuen, äh, den neuen Survivor, also die Survivorin. Curry? Was hast du gerade mein Content geklaut? Nee. Hä? Das ist das, denke ich, zu tun. Nee, ich bin jetzt in der Grünwelt, aber. Alter, auch nö. Okay, jetzt muss ich mal eben gucken, wie das denn so ist. Also, ich kann euch auch nicht sehen, das ist ja interessant. Ja, ja, klar. Nee, ohne Witz. Ich kann euch nicht, ich kann euch nicht sehen. I'm just a dream. Boah. Aber ich glaube, wenn ihr Fehler macht oder so, dann, dann kann ich euch schon sehen. Meine Existenz seid Fehler. Frage ist, wie finde ich es raus? Ach, nö. Bald, Curry, sehr bald. Oh. Wie muss das sein? Was denn? Mit dem roten Generator-Dingen. Was? Was kann ich hier machen mit dem, mit dieser Kraft? Was, ey? Rumpen ist dauert tausend Jahre, ne? Ja, ist wieder rot, deshalb. Entschuldigung. Was kann ich hier machen mit diesem, mit diesem Angriff? Was soll, das dauert ja vor langem mit den Generationen. Was, was ist denn das hier? Was heißt denn das? Oh, Alter, Curry, was hast du da gemacht mit den Generatoren? Entschuldigung. Oh. Ich würde halt wirklich gern, gern wissen. Ich muss die ganze Zeit an Eva denken, ey. Das ist ja furchtbar. Der Kaktus sieht einfach genauso aus wie sie. Entschuldige bitte. Also, wie, wie zum Teufel soll ich jetzt rausfinden? Genau so. Oh, geil. Nein, Eva, warten. Wie zum Teufel soll ich rausfinden, dass ihr halt in meiner Nähe seid? Das ist halt die Frage. Fragt doch einfach. Okay. Eins, zwei, Freddy, kommt vorbei. Zillt, oh, fickt ihr, ne? Fickt ihr, hau ab, hau ab. Ich will nicht in dein Traumwelt, ich will nicht in dein Traumwelt, lass mich hoch. Ich hab richtig schöne Kissen. Geh weg. Oh, hier ist kalt. Hier ist kalt, ich hör mal, Frostbeut. Au, 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 au. Schneid dir meine Fingernägel, du gitternd, alter Mann. Junges, junges Mädchen wird gejagt vom alten Mann mit langen Fingernägeln. Hallo, Eri. Ähm. 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 Geil. Warum lief der jetzt gerade so komisch? Ach, krass. Sag mal, Curry, hast du gerade sonst nichts gesehen? Weiß ich nicht. Äh, okay, na gut. Na, was? Ja, ne, ich sehe ich. Ja, ich wurde gejagt von Freddy. War der auch da? Ja, der war hinter mir, Mann, der Curry. Ach, nur die hast du mich gesehen, oder was? Ja. Ach, wie geil ist das denn, alter. Vor allem, wie der Erik lief, als hätte er irgendwie voll gesoffen. Ja, der war, der war ganz kräuselig, ne? Ja, ja, genau. Ach, weil ich, weil ich am Schlafen war wahrscheinlich. Nein! Hä? Wenn ich bei euch in der Nähe bin. Gute Nacht, mein Freund. Und jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Tschüss. Krass. Okay, das ist echt krass. Aber ich glaube, ich sehe euch halt auch nur, wenn ich bei euch irgendwie in der Nähe bin, oder so. Ja, das kann sein. Also, wenn ihr hört, eins, zwei, Freddy, komm vorbei, lauft. Alter, wie geil das ist. Boah, das ist cool. Oh, das ist cool. Die muss gleich noch jemand spielen, bitte. Ich will das auch sehen, alter. Das ist voll geil. Ich will das auch mal mitbekommen. Eins, zwei, Freddy, komm vorbei. Komm mal mit, komm mal mit. Drei, vier, er steht schon an der Tür. Fünf, sechs. Er hat geklaute Schecks. Er hätte jetzt gerne sechs. Sieben, acht, Tobi. Ich werde dir helfen. Ich habe mich ausgelacht. Danke. Renn, 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 renn. Zwei, zwei, ich sehe halt. Sag das nicht der Bescheid. Ich habe dich gerettet. Sieht immer genau so aus. So, okay, ich mache. Hey, was heißt das? Was bedeutet das? Was ist das? Hä, wie kannst du mich hier finden, Mann? Komm her. Komm her. Wie kannst du mich denn da finden? Hol dich zurück in meinen Träumen. Curry, wie kannst du mich da finden? Ich habe mich extra draußen hinter dem Schild versteckt. Ich habe dich gerade aufgesaugt. Tut mir leid. Hör auf, mich aufzusaugen. Ich bin doch jung, aber lass mich in Ruhe. Curry, komm vorbei. Du Dreckige. Drei, vier. Du bist ein Dreckiger. Ich stehe schon in deinem Gesicht. Fünf, sechs. Jetzt ist Schicht. Was? Hä? Wie? Schicht. Schicht. Schicht, keine Ahnung. Das triggert mich. Eins, zwei. Curry, komm vorbei. Drei, vier. Trink dein ganzes Bier. So kann man sich, so kann man sich selbst aufwecken, wenn man den Generator verkackt. Seid ihr so eine Traumel? Du spielst mit mir. Du spielst mit mir. Das finde ich nicht gut. Wobei, ich würde auch schon gerne mit dir spielen. Eigentlich schon ganz. Du siehst mich durch die Wand, du kleiner Dreckiger. Du siehst mich. Boah, Alter. Was? Nein. Dein schlimmster Albtraum. Ich bin Jungfrau. Ich bin Jungfrau. Jetzt nicht mehr. Er hat mich gerade durchbohrt wie einen Töner. Wie einen billigen Töner. Schön mit Zaziki. Das coole ist jetzt, jetzt kann ich ja nicht wieder Tobis breite Schultern sehen hier. Wo ist denn hier? Ich gehe mal zu Pan. Wo ist er denn? Ah, hi. Na? Oh. Das kam jetzt aber unerwartet. Ey, Pan. Pans Kopf ist kaputt. Träum mal von mir. Oh nein. Träum mal von mir, Pan. Träumt von mir. Kommt schon. Nein. Nein. Ich träum von Action. Lass mich. Der ist schon dreckig. Der Curry ist schon dreckig. Das ist nicht cool. Das ist ja auch so cool. Guck mal hier. Träume für dich. Schöne, dunkle Träume. Kannst du nicht mal Träume von Hawaii aktivieren oder irgendwas Schönes, Alter? Hi. Oh Gott. Was hast du denn gerade? Das kam jetzt unerwartet. Ich habe nicht. Hat sie Schlaf im Auge? Ja. Ich muss dich kurz rauskratzen. Boah, Alter. Ja, stell dir mal vor, Alter. Freddy Krüger hat Schlaf im Auge. Das ist doch voll scheiße. Käm aber gut eigentlich, ne? Nice. Oh Gott. Pan, du solltest, äh... Woo! Danke. Ach, krass. Alter, Pan, der war ja richtig fleißig. Alter, Tobi, du bist super. Der Tobi, ey. Was ist passiert, Tobi? Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Curry hat mich nie gefunden bis jetzt. Ja, das war eigentlich gut, ne? Aber ich glaube, das ändert sich gleich. Nee, ich glaube nicht. Oh, fuck you. Oh nein, das ist das falsch. Nein, das ist gut. Komm her. Moin. Aber ich hör den, ich hör den. Lauf, 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 renn, 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 beide. Nein. Renn, Tobi, renn. Oh nein, Tobi. Ich will den sehen. Hä, wie kann ich das machen? Da ist er. Hä? Hä, was ist mit deinem Kopf? Hä? Achso, ich kann dich gar nicht schlagen, wenn ich das gar nicht aktiviere. Achso. Was machen wir gerade mit deinem Kopf denn? Ja, ich glaube, das ist, wenn ich dich anfange aufzusaugen. Achso, aufsaugen. Ich glaube, das ist, wenn ich dich anfange aufzusaugen, ja. Also in meinen Traum halt reinzuziehen, weißt du? Okay, warte ganz kurz. Ich muss ganz kurz festhalten, Curry, Curry träumt davon, Tobi aufzusaugen. Ja, das hast du jetzt so gesagt. Hä? Hä, das war doch jetzt. Ey, man hört immer das, was man hören will. Ja, eben, das habe ich auch so verstanden. Köppel ist real. Okay, was? Jetzt wieder. Einmal hin, alles drin. Was denn? Du willst doch bestimmt jetzt das Schwein spielen, oder? Das Schwein? Das Schwein ist ja super. Ja, könnte ich auch mal ausprobieren. Dann machen wir jetzt mit der Lobby. Dann machen wir das so. Alter. Nicht das Schwein, ey. Boah, das Schwein macht Spaß. Ich weiß nicht, ob Freddy Spaß macht natürlich, aber das Schwein macht Spaß. Ach, jetzt verstehe ich erst mal den Sinn. Also, ich kann euch schon immer sehen, aber ihr könnt mich nicht sehen. Und solange ich euch nicht in den Traum gezogen habe, kann ich auch euch nicht angreifen. Wir hören dich aber. Da kommt immer die Musik. Eins, zwei, Freddy, komm vorbei. Ja, ich glaube nur, wenn ich anfange zu saugen. Also, ihr wisst schon. Ich möchte den nochmal spielen. Das kann der Curry gut, aber. Ich möchte den nochmal spielen. Ich spiele den nochmal. Aber haben wir noch eine andere Map vielleicht? Können wir die aussuchen, ne? Ja, also, ihr könnt halt Perks dafür nehmen, dass die halt das... Ja, andere Maps gewählt wird. Okay, sorry, sorry. Sind das diese Opfergaben? Ja, ich glaube schon, ja. Warte mal, ich gucke mal, ob da irgendwie... Äh, Central... Backwater Swamp, was ist das hier? Quote, Friend Asylum. Genau, diese Gedenkstätte war es ja nicht. Springwood. Oh, scheiße, ich hab da schon nie geguckt. Outer Haven Records. Ne, was war denn? Wo waren das? Warte mal. War das Springwood? McMillen Estate? Ich weiß nicht, ob es Springwood war. Das kann sein. Waren wir schon mal im Roten Wald? Waren wir da schon mal? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich kann den Perk nehmen. Boah, Redwood hört sich gut an. Soll ich auch nehmen? Ich bin nicht was Freddy, also. Nehmen wir den Roten Wald einfach. Nehmen wir den Roten Wald. Was auch immer das heißt. Ich werde euch finden. Das ist wieder Schwarzwald. Ich hab schöne Träume. Hä, nee, du bist doch das Schwein diesmal, oder? Ne, ich würde gerne nochmal Freddy spielen. Achso, na gut. Nur mal ausprobieren, also. Eins, zwei, Curry, komm vorbei. Das passt leider auch so gut. Curry Krüger. Könnten wir vielleicht. Curry Krüger. Die haben ja neue Currywurstmarker einfach. Ich würde halt gerne auch mal die andere Seite sehen gegen Freddy, weißt du? Das würde mich echt interessieren, wie das Lied so gespielt wird und so. Guck auf meinem Channel. Ey, Tobi. Danke für nichts. Ich hab vom Meister gelernt, Mann. Also ich bin gerne Überlebende, deswegen wäre ich gleich Willen. Ja, vielleicht kann ja der Erik nochmal Freddy machen, danach. Oder du probierst jetzt das Schwein, weil das würde ich auch gerne in Aktion sehen. Weil Tobi, ich glaub, du bist auch eher so der Gelegenheit, ne? Das ist echt geil. Ich hab den DLC leider nicht. Ah, okay. Ich bin Freddy DLC. Ah, ja. Wir sind hier arm. Ich bin ein armer Schocker. Oder das Schwein, probier ich. Also wir gucken jetzt erstmal, wie lang die Runde geht. Dann sehen wir ja weiter. Dann sehen wir ja weiter. Hey. Red Forest. Oh, das ist immer schön. Achso, das ist die hier von der Hasenrolle, Alter. Von der Hasenrolle ist das gewesen. Oh, die alte Bitch. Jo, Dach. Okay. Da kommen keine Hüten. Ich lass mir Zeit. Ich mag Hase. Huch. Hä, wo bin ich denn? Okay. Interessant. Okay, was sind das für Geräusche? Das würde ich auch gerne wissen. Hast du das auch gehört? So, ah, ah, ah. Ja, ja, genau. Er steht schon vor der Tür. Aber hör auf, bitte. Fünf. Sechs. Gleich haben wir alle Sex. Was? Oh, ja. Was ist hier immer los? Zeit, dass du fragst, Curry. Ich hab schöne Träume dabei, Tobi. Du wirst dich wundern, ey. Mein Penis geht schon ab wie dieser Nöppel gerade am Generator. Hat ich immer mit deinem Penis dran, ey. Fahren, guck dir diese Nöppel ja an. So geht mein Penis ab. Nein, will ich nicht. Harte. Was denn? Hast du Sex für eine Belästigung am Ausnahme? Platz. Eins. Das gibt gleich eine Rüge. Oh, was hat denn? Curry, komm vorbei. Eine Woche Rügen. Geil. Rügenwalder, wie das duftet. Drei. Vier. Er steht schon vor der Tür. Na, will ich nicht vorbeinern? Könntest du das bitte lassen? Vielen Dank. Oh, Sonne. Hey, Pan. Komm mal zurück. Ja. Oh, Pan hat jetzt die Krallen. Pan hat die Krallen. Träumst du schön, Pan? Träumst du schön? Oh, scheiße. Oh, scheiße. Wie ist der Erik hier? Ach so. Ja, hi, Tobi. Ach so, guck mal, Erik. So wie die Nöppel hier gehen. So geht mein Penis. Träumst du schön? Ach so, war viel zu schnell. Du musst ja ein bisschen Zeit lassen. Pan. Ist das nicht der schönste Traum, den du jemals gesehen hast? Du musst es ehrlich erkunden. Ja, echt. Warte mal, wir müssen, wir müssen ein paar retten. Geiler Traum. Du siehst ja echt scheiße aus. Wundervoller Traum. Ein Wunder. Ein Wunder. Ein Wunder. Voller Traum. Und ich hatte, ich hatte fast... Schlaf gut. Ich lebe noch. Ich verschwinde in der Wolke. Und ich sehe wirklich nicht mehr aus. Ich sehe wirklich nicht mehr aus. Oh, scheiße. Ist ja vollkacke. Oh, ja. Ja, das ist echt ein Problem, ne? Man sieht ja nie, ob Curry kämmt. Ja, das könnt ihr nur herausfinden, indem ihr meine Folge schaut. Sehr schön. Sehr schön. Nee. Ah, schön. Lass doch weit weg, scheiße. Mhm, so weit weg, ja. Tobi, das war sehr ungezogen. Das war sehr, sehr ungezogen. Ich bin froh, dass er sich mal umzieht. Ja, ich zieh ihn auch mal um. Meine Witze sind zu gut. Eins, zwei... Freddy kommt vorbei. Nein. Nein. Er steht schon vor der Tür. Hä? Dann geh doch einfach rein. Dann steht doch... Curry, hör mal auf jetzt. Steh doch noch nicht vor der Tür, Curry. Geh doch einfach mal rein. Hör mal rein, Tobi. Was geht ab? Hey, das finde ich jetzt aber uncool. Seh ich gut aus, Tobi? Seh ich gut aus? Nein. Seh ich gut aus, hm? Hä, wieso kommst du da oben schneller runter wie ich? Weil das mein Traum ist. Halt es mal, du bist hässlich, Pickleface. Ich ramme dir mein Pickleface in deinen Arsch rein. Sein Gesicht ist der Birner, hör mal auf. Ich hab meine Klingen extra geschärft für dich, Tobi. Was war das so? Ich verschwinde mal, Tobi. Ciao. Tobi, einfach nur fliegen. Das ist so lustig. Das ist Tobi, einfach nur so rumfliegen, du. Das ist auch geil. Stimmt. Siehst du mich, Tobi? Ja. Echt? Das ist ja gut. Ja, auch zu capten. Ach, komm, Alter. Ganz ehrlich. Das ist so widerlich von dir, ne? Mit einem entspannten Handschuh mach ich dich fertig. Ach, sind die Hagen. Hey, Tobi. Ach, verpess dich doch einfach mal. Was hältst du von der Idee, hm? Komm mal her, Tobi. Oh nein. Hey, Tobi. Äh, hast du gerade dein Loch geöffnet, oder was? Hast du schöne Träume, Tobi, ja? Hast du ganz schöne Träume, Tobi? Oh, tausend Jahre. Ach so, ganz schön, als wir hier mit Tobi. Hi, Tobi. Bist du angespannt? Nein. Oh, alter. Äh, äh, äh. Ganz ehrlich. Das macht mir gar nichts so. Warte, warte. Das ist gut. Ja? Ne, schon gut, schon gut. Ich würde es wieder tun, glaube ich. Ich bin hier, das Rotkäppchen und du hättest mal schön die Fresse, ja? Ich geh ja gerade die Oma besuchen. Siehst du gerade den Koffer, den ich in der Hand habe? Da ist Wurst und Käse drin für die Oma. Bin ich total mit einverstanden. Bitte, wenn du mich jetzt noch schlägst, dann verhungert die Oma, ja? Oh, das tut mir jetzt aber leid. Also bitte schlag mich jetzt mal nicht. Die Oma habe ich schon längst in meinem Bauch drin. Bitte schlag mich nicht. Oh Mann, jetzt schlag mich doch mal nicht. Du musst doch im Bett warten, Mann. Irgendwann wird halt mal zugegriffen. Die Matratze ist zu hart für mich. Jetzt hängt ja auch noch direkt einen Haken. Was ist denn da los? Hey, groß hängen, mein Lieber. Hi, wer bist denn du? Ist da jemand in meinen Traum reingerannt? Ciao. Pan, das war jetzt aber nicht so nett. Doch, fand ich voll gut. Sei mal nicht so neidisch. Ach, nö, ey. Ist das deine Domina-Stimme von deinen Webcam-Shows oder was? Das finde ich auch nicht gut. Hi, Pan. Warum scheint der mir dann dauernd der Weg auf? Der weiß immer, wo ich herlaufe. Schöne gute Nacht. Oh nein! Karrie, warum? Ich habe ja noch diesen Generator. Was? Eirange! Eirange. Ich bin verbrannt. Ja, das wichst du. So, hä, was? Hey Erik, ich schrieche dich. Ah, du siehst mich immer, wenn ich im Traum bin, ne? Ja, alles klar. Komm mal her, mein Tobi. Ja, das ist natürlich ätzend. Tobi, du uns hast recht. Tobi, du bist der Beste. Tobi, gib alles. Tobi, du bist die letzte Aufruf. Ich recovery jetzt. Ich recovery. Ich recovery. Ja, ich recovery noch pünktlich. Hä, wieso killst du mich nicht einfach? Ich hatte meinen Generator fast fertig, ey. Falls den jemand findet. Warte mal. Was machst du? Nichts. Ich richte das Dinner an. Ich habe da noch ein Date. Nein, 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 das war so knapp, Curry, ich hasse dich. Das war so knapp. Verflucht seist du und alle der Generation. Nein! Was war denn? Ne, ne, weil, äh, jetzt, weil du jetzt schon, schon zwangeln musst. Ja, ja, ja. Ich hatte keine Frage. Tobi? Tobi, rette mich nicht. Mhm. Curry kämpft wie eine Sau. Hä? Siehst du den? Ja klar. Ich fange jetzt zum zweiten Mal, da sehe ich den. Ein Date für uns beide. Nein, jetzt komm, ey. Das wäre doof. Du musst den Erik fangen. Oh. Ja, ich fange den Erik schon. Jetzt sofort, ja. Jetzt. Erik mag mich ja. Du magst mich ganz gern, Erik, oder? Wer einfach Pan massakriert hat, weißt du? Du magst mich doch, Erik, oder? Nein, ehrlich gesagt, Curry, jetzt wo du mich so fragst, du bist mir plötzlich sehr unsympathisch geworden. Okay. Dann schnapp ich mir jetzt deine Sie. Echt? Wie könnte ich dir sympathisch werden? Dann sag doch mal. Wenn du mich jetzt gehen lässt, dann würdest du mir sehr sympathisch werden. Ja, dann würdest du mir sehr sympathisch werden. Und ich meine nicht in den Tod gehen. Nee, das habe ich jetzt eigentlich auch nicht gemeint. Warte, ich bringe dich zum Ausgang. Mhm, mhm. Wobei, ich kann dich ja gar nicht dann hinwerfen, ne? Wie? Achso, ja, das geht nicht mehr, glaube ich. Ja, dann, dann tut's mir leid. Ja gut, dann bist du jetzt natürlich ein Unsympath auch. Ja, Entschuldigung. Also, das... Oh, Brustvergrößerung! Ich bin der beste Chirurg in der Stadt. Ah. Ja, das war jetzt natürlich ein bisschen... Das ist schon... Wie, wie kann man den am besten entgehen? Der ist schon ein bisschen hart, der Freddy, oder? Ja, ja, schwierig auf jeden Fall. Oder vielleicht gibt's ne Strategie, die wir noch nicht wissen. Ich gönne dir auf jeden Fall ne Klappe, Tobi, also... Wenn diese Generatoren nicht tausend Jahre dauern würden, dann... Ja, das ist echt krass. Ja, ja, das ist halt echt... Das ist ein bisschen over. Also, ich konnte... Ich konnte mich im Krankenhaus da, wo wir waren, aus dem Traum retten, als ich den Generator gestillt hab. Ja, 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 genau. Genau. Ach, ja... Ich mag diese Karte. Mhm. Wenn's nicht so neblig wär, das wär halt... Viel schöner, weißt du? Verpiss dich. Hey, Tobi. Nein, verpiss dich? Nein, nein. Ich hab deinen Kopf in meiner Hand. Ich weiß, ich seh das. Oh, nein. Oh, nein. Kannst halt gar nichts machen, wenn der sich auflädt. Nee, kannst doch gar nichts machen. Hurry, kommt vorbei. Bye. Oh, fuck, da ist ne Sackgasse. Ich hab' vor der Tür. Fünf, sechs. Lass mich mal grad in Ruhe, bitte. Fünf, sechs. Weiter. Curry, warte mal kurz, warte mal kurz Curry, bleib mal stehen. Ich will mal was gucken. Ja, was denn? Hm, was denn? Nee, du musst stehen bleiben, ganz kurz. Ich will mal was gucken. Was möchtest du denn gucken? Ich wollt eben... Da ist ein Texturfehler. Nee, das ist mein Gesicht, das muss so. Ach so. Ach krass, wenn du stehen bleibst, kriegst du einen fetten Bonus. Das ist ja cool. Oh nein. Dass du halt überhaupt nichts machen kannst. Das ist völlig so assi. Curry, Curry, Challenge time. Bring Tobi zur Luke. Ja. Okay. Challenge time. Okay. Tobi, wir mögen uns. Wenn du deine Ehre retten möchtest, in dieser Folge, dann... Ich gönn's dir. Hä? Die ist direkt da! Hä? Alter, was? Alter, was? Ich bin doch da vorbeigelaufen, ich hab das nicht gehört. Ja, die hab mich da grad hingesetzt, das ist normal. Hä? Ich weiß. Ich weiß. Oh, wie assi ist das denn? Kannst du mir die noch mal kurz zeigen? Ich möchte die noch mal ganz kurz angucken. Ja, eigentlich schon, ne? Okay. Das ist aber echt nett von dir. Na ja, na ja, na ja, gut. Aber ich bin doch da vorbeigelaufen. Ich hab die auch nicht gehört und nicht gesehen und gar nix. Erik, kannst du mal kurz, kannst du Freddy spielen? Einmal? Soll ich, aber ich weiß, ob ich kann. Mach mal aber die nächste Folge damit. Achso, die nächste Folge. Mach mal, wie viel Folgen haben wir denn jetzt überhaupt? Das ist jetzt die dritte gewesen. Wir haben jetzt drei Dead by Daylight Folgen, ja. Was? Ja, ja. Wir wollten nur zwei spielen? Ja, wir wollten nur zwei spielen. Egal. Freuen sich die Leute. Ja, voll, voll. Ich find's super. Ich find's echt super. Ich mein, das macht ja auch Bock. Also, ich find's schön, wenn der Erik vielleicht nochmal, äh, vielleicht können wir uns in der nächsten Folge nochmal abwechseln, Erik. Dass du mal Freddy machst und ich dann mal den Schwein. Ja, das Schweinchen. Ja, 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 klar. Okay, dann mach mal das so. Ja, dann mach mal das so. Eine Folge können wir noch. Eine Folge können wir noch. Danach kommt irgendein ganz anderes Spiel, das keiner sehen will. Tobi hat richtig Bock, der freut sich. Danach kommen wieder zehn Runden Stickfight, kein Problem. Jawohl, da bin ich voll dabei. Hab ich richtig Bock drauf. Und dann acht Chicken Horse, sieben Folgen. Ja, vielen Dank. Alles klar. Okay, bis zur nächsten Folge. Tschüüüü. Tschüüü, tschüüüü. Und Mario Kart. Tschüüüß. Tschüüüü. Ach, Tennis. Bye. Jener Fricker See kommt vorbei.